Grüezi und herzlich willkommen bei EgoKiefer. Als Vollsortimenter entwickelt, produziert, verkauft und montiert EgoKiefer Fenstersystemlösungen in den Werkstoffen Kunststoff, Kunststoffaluminium, Holz und Holzaluminium. Besonders stolz sind wir jedoch auf unsere Kunststofffenstersysteme. Mehr als jedes dritte Kunststofffenster in der Schweiz stammt von EgoKiefer. Hinter diesem Erfolg steckt Know-how aus mehr als 50 Jahren Markt- und Produktionserfahrung. EgoKiefer brachte bereits 1957 als einer der ersten Anbieter ein Kunststofffenster auf den Markt. Diese bieten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis viele Vorteile. Sie sind langlebig mit geringen Unterhaltskosten, sind formstabil, daher hat man in EgoKiefer Kunststofffenster nachhaltig investiert. EgoKiefer Kunststofffenster sind pflegeleicht und bieten eine breite Auswahl an Farben und Formen. Sie sind im Vergleich zu anderen Werkstoffen schwer entflammbar und weisen eine positive Ökobilanz auf, da Kunststoff im Gegensatz zu Holz recycelbar ist. Mit der Fensterlinie XL 2020 bietet EgoKiefer das erste Minergy P-zertifizierte Kunststofffenster an, das auch mit dem Gewinn des IF Product Design Award eine international anerkannte und renommierte Auszeichnung erhalten hat. Die schmalen Profilansichten der EgoKiefer XL 2020 Fenster sind einzigartig und sorgen für mehr nicht. Sie bestechen durch ihren hohen Designcharakter bei Fenstern und Hebeschiebetüren. Da der Flügel vom Rahmen komplett abgedeckt wird, eröffnen sich attraktive Möglichkeiten in der Fassadengestaltung. Das Isolierglas wird durch eine hochwertige Verklebung direkt mit dem Fensterflügel verbunden und geben so dem Fenster mehr Steifigkeit und Stabilität. Kunststofffenster der Fensterlinie Allstar AS1 zeichnen sich durch fast unendliche Variationsmöglichkeiten aus. Selbst wenn die Basisausführung bereits von ausgezeichneter Qualität ist, geht EgoKiefer noch weiter. Ob zusätzliche Optionen wie Öffnungsarten, Farben und Formen. Das Kunststofffenster AS1 ist ein Allstar mit einer Top-Wärmedämmleistung, bestens geeignet für sämtliche Anwendungen im Neubau und in der Modernisierung. Die kaum sichtbaren, anextrudierten Dichtungen sorgen für mehr Lichtdurchlass und integrieren sich optimal in die Gesamtoptik des Fensters. Der generelle Einbau einer Überschlags- und Rahmendichtung garantiert nachhaltigen Lärm-, Wärme- und Schlagregenschutz. Unsere Kunststofffenster XL 2020 und AS1 repräsentieren den neuesten Stand modernster Fensterbautechnologie. Ob Neubau oder Renovation, setzen Sie auf Kunststofffenster der Nummer 1 im Schweizer Fenster- und Türenmarkt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.